Willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 2. Ich bin mal neugierig, wie er das Ganze umgesetzt hat, gerade auch wegen den Chucks, denn aktuell gibt es noch keine Chucks. Vielleicht wird es die in meinem DLC geben, wäre eine interessante Sache, aber ich würde mich natürlich auch über AmiVos freuen. So, da haben wir den Monsieur-Timer und ich krieg hier... Ach, egal. Wow, das war knapp. Okay. Ja, erwischt. Doink, doink, doink. So. Die Blume holen wir uns mal. Wow. Okay. Ah, da geht es rein. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss es noch reingehen. Aber die haben die Chucks vergessen. Mir fehlt noch eine Münze. Hm. Wo ist die letzte Münze? Ihr könnt es bestimmt herausfinden. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Ich jedenfalls bedanke mich ganz herzlich für das schöne Level. Es hat jetzt nicht ganz den Flair getroffen von dem Super Mario aus dem Super NES. Klar, es fehlte ein Yoshi, dafür gab es das Auto. Es fehlten die Chucks, aber ansonsten war es ein solides Level. Und ich sage trotzdem, danke fürs Einsenden. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torwart Rhein. Tschö, tschö. 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 Tschö.